Ich bin ein Champion und genauso gut ausgebildet wie du, ganz zu schweigen davon, dass ich nur halb so viele Jechen auf dem Buckel habe. Aber, aber Jungs, seid doch nett zueinander, ich kann doch nicht viel Ergebnisse sehen. Ich kann keinen Grund so herablassend daherzureden. Wir haben den Befehl erhalten, eine verlassene Gruft, die als nie mehr Tempel bekannt ist, von den Untoten zu säubern. Und ich versuche diesem Knaben hier klar zu machen, dass er nicht bereit ist für so etwas und sein Leben aufs Spiel setzen würde. Jetzt hör mir mal zu, alter Mann. Wenn einer von uns hier eine Chance in dieser Gruft hat, dann doch wohl der, der für den Arthritis ein gefürchteter Imphäuptling war, bis ihn jemand erst letzte Woche aufgeklärt hat. Ich habe eine Idee, wie, warum geht ihr nicht weiter? Theoretisch ist das eine gute Idee, Drachenritter, aber wie gesagt, ich lasse nicht zu, dass Minius sein Leben riskiert. So sehe ich das auch. Aulus wird sterben, wenn er da reingeht, und ich kann das nicht erlauben. Entscheidet ihr, wer gehen soll, Drachenritter, und wir werden euch gehorchen. Aber das besiegelt das Schicksal von Aulus. Ganz sicher nicht, mein Kleider. Sorg du nur dafür, dass genug Wein da ist, wenn ich wieder zurückkomme. Und da geht er hin. Möge der Göttliche ihn beschützen. Aber vielleicht könntet ihr ihn ja ebenfalls beschützen, oder? Der Eingang zum Tempel befindet sich gleich weiter die Straße entlang. Hier, ich werde die Stelle auf eurer Karte markieren. Ich wäre euch auf ewig dankbar. Ich hoffe sehr, dass er mir meine Tränke schon bleibt. Bleibt ja bis... Du wirst nie erraten, wen ich letzten Monat im Wald getroffen habe. Deine Mama? Ich glaube, das war eine Entscheidung, wer am Ende stirbt. Und nicht, wer am Ende es schaffen wird. Und los, meine Untertanen! Ach! 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 Ich wurde vergiftet! So, bevor ich jetzt eine Weile lang gehe, gehe ich jetzt mal anders lang. Booyah! Hm. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Nur wenn alles grün gefärbt wird der Gefangene wohl bemerkt. Ich glaube es hängt was. Ich glaube es hilft, es heilt die Kraft! 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 Ich habe es heilt die Kraft! Ich habe es heilt die Kraft! Das wird mir von Nutzen sein! Ich habe es heilt die Kraft! 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 Du, du, du. Oh, come on. Immer diese Leitern, immer diese Leitern, wer diese Leitern noch gebaut. Und jetzt weiter. War wieder so ein Jump'n'Run-Dinger. Geil. Geil. Mal lang mal wieder ein Quick-Safe machen. Äh, woher jetzt lang? Dahin. Ähm. Wie steht es um eure Suche nach dem perfekten Parfum? Ich hätte Blume geflickt, aber ich muss sie noch zur Chanel bringen. Gut. Ich habe den Ritter noch gar nicht gesehen. Also den Champion habe ich aber gar nicht gesehen. Ich habe den Ritter noch gar nicht gesehen. Ich habe den Champion in Flasch. Ich weiß nicht, ob wir uns. Aber ich habe den Champion in Flasch. Und ich habe den Champion in Flasch. Ich habe den Champion in Flasch. Du kannst dir nicht sagen, dass ich mich nicht sehen. Ich habe den Champion in Flasch. Tagebuch, heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ganz schön große Stadt. Na ja, gehen wir mal da rein. Ich bin immer so neugierig. Schlimm, ey. Ach nein, ich geh wieder raus. Wollt ihr mir allen Ernstes weismachen, dass ihr diese hinterhältigen Morde nicht untersuchen und rächen wollt? Mein lieber Raimund, überlegt es euch doch noch einmal und bedenkt, wie leidenschaftlich ich euch meine Dankbarkeit zeigen würde. Ich habe andere Pflichten und abgesehen davon halten sich meine Bedürfnisse in engen Grenzen, solange Damian und seine Dämonen schergen den Himmel über Alleroth bevölkern. Dann geht ruhig fort, herzloser Töpel, und kommt ja nicht nach Zärtlichkeiten betteln, wenn dieser Krieg vorbei ist und ihr eure Lust wieder erlangt habt. Oh, ihr seid es, oder? Der Drachenritter. Was seid ihr doch für eine prachtvolle Gestalt. Diese verführerischen Augen in diesem hübschen Gesicht. Oh, mir wird auf einmal ganz warm. Mir ist zwar bewusst, dass ich ungewöhnlich attraktiv bin, doch eure Schmeichelein sind dennoch ziemlich durchschaubar. Ganz und gar nicht. Es gehört zu meinem Geschäft, Schönheit zu erkennen, aber mir sind in meinem Haus der Sinnlichkeit leider auch einige sehr hässliche Dinge ins Auge gestochen. Ich habe hier in meinem Hotel drei Zimmer und in jedem liegen die Opfer des grausamen Massakers. Die Champions interessiert das nicht, aber ich muss wissen, was geschehen ist, sonst bedeutet diese Tragödie noch meinen Ruin. Oder sogar nicht. Ich hoffe, dass euch das Schicksal heute hierher geführt hat. Dass mich jemand aufsucht, der derart gut aussieht, muss doch bedeuten, dass die Götter der Liebe und der Lust ihre treueste Anhängerin nicht vergessen haben. Nur nicht Schicksal, nur Neugier. Hier sind die Schlüssel für die Räume des Schreckens. Bitte nehmt euch diese Sache an, dann wird meine Belohnung spektakulär ausfallen. Dort liegt die Leiche eines Mannes aus einem Dorf im Trümmertal. Folo lautete sein Name. Ich weiß nicht, was er hier in meinem Etablissement wollte. Da waren nur er und ein Schwein. Oh nein! Nein, nicht vor Urlaub! Nein! Er war in einem Etablissement mit einem Schwein. Ihr wisst vielleicht noch, der eine Schweinefarm-Typ, dass er drei Schweine zurückhaben wollte. Ich denke mal, der war der Folo. Und der war mit einem Schwein hier in einem Puff. Nein! Ich vermute, dass er zu einem Jahrmarkt wollte und dann hier gelandet ist. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Er wollte nicht zum Jahrmarkt! Trümmertal ist erstens total furcht und zweitens Süße. Er liebte die Schweine anscheinend zu sehr. Das ist eine traurige Angelegenheit. Die Opfer waren ein junges Paar. Dirk und Dana, meine ich. Und waren hier in den Flitterwochen. So ein furchtbares Pech. Sie wurden auf unbegreifliche Weise in Stücke gerissen. Der Mörder muss unglaublich zornig gewesen sein. Ach, ich falle gleich in Ohnmacht. Aber ihr seid ja hier, um mich aufzufangen. Nö! Ich weiß ehrlich gesagt kaum etwas über diesen Mann. Er war eine Art Edelmann, der wie so viele auf der Suche nach Gesellschaft hierher kam, wenn ihr versteht. Er wurde wie die anderen in seinem Zimmer ermordet, aber seine Eskorte lässt niemanden hinein, weil sie auf eine Genehmigung aus seiner Heimatstadt wartet, dass sie den Körper mitnehmen dürfen. Vielleicht könnt ihr als Drachenritter sie davon überzeugen, doch einmal ein Auge zuzudrücken. Das dürfte euch doch nicht schwerfragen. Kommt bald so. Ihr seht in Kevins Geist Erinnerungen an die Ermordung Folos aufblitzen, die er aus geringer Höhe mit angesehen hat. Während des Kampfes wurde auf Folo wiederholt mit einer Waffe eingestochen, die danach unter das Bett geworfen wurde. Ähm, Rosenknospa? Hübsch. Abenteuer von Folo und Kevin. Abenteuer von Folo und Kevin. Nein. Fantasie hat er auch noch gehabt. Die dramatische Musik hat er auch noch gegründet. Das ist die Dramatische Musik. Das ist die Dramatische Musik. Das ist die Dramatische Musik. Hat er versucht, die hier oben zu halten oder was? Was ist das? Eine traurige Angelegenheit. Es tut mir leid, Drachenritter, aber ihr dürft diesen Raum nicht betreten. Die Überreste meines Herrn sind für niemanden zugänglich. Geh mir aus dem Weg nah. Ich spüre etwas hinter dieser Tür. Findet einen Weg hinein. Ihr müsst. Mein Herr ist ein Prinz von Flussheim und seine Familie lässt es nicht zu, dass sich irgendjemand an seiner Leiche zu schaffen macht. Sie sind stolz auf ihr Familienmausoleum, wo viele Generationen ihrer Vorfahren, natürlich hervorragend erhalten, zur Ruhe gebettet sind. Ein Einbalsamierer ist bereits auf dem Weg hierher. Er wird dafür sorgen, dass die Leiche des Prinzen so unversehrt wie nur möglich erhalten bleiben wird. Das würde ich gerne, aber meine Befehle sind eindeutig. Niemand betritt diesen Raum. Es tut mir leid, Drachenritter. Beleidigt mich, bedroht mich, aber ich werde nicht weichen. Tretet bitte zurück. Was? Leck mich. Lässt sich nicht bewegen. Erkenne zufällig diese Art von Metall. Ich habe es in eurem Zimmer gefunden. So etwas habe ich definitiv noch nie gesehen. Vielleicht kann euch der Schmied Gofanon weiterhelfen. Sein Wissen über Metalle kann man wahrhaft als umfassend bezeichnen. Ich habe diese recht übel riechenden Stück Fleisch mit zwei Mordzimmern entdeckt. Könnt ihr das dazu rüber sagen? Wie ekelerregend. Bitte lasst das nicht länger vor mir herumbaumeln. Sprecht mit Dr. West. Er ist der hiesige Arzt und Nekromant. Ihr findet ihn in dem Gebäude unten am Stadion. Wie unangenehm. Aber vielleicht könnt ihr sie ja überzeugen, wenn ihr in den anderen Zimmern genug Beweise gesammelt habt. Kommt bald zurück. Prinz. 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 Vielen Dank.